Hallo liebe Freunde, heute gibt es wieder etwas Neues von mir und zwar wie ihr schon seht This War of Mine. Ihr seht hier steht schon Continue, ich habe mal so ungefähr 20 Minuten reingespielt um mal zu wissen worum es geht. Deswegen choose your story. Frau oder Mann, Frau oder Mann, Frau oder Mann, Frau oder Mann, den will ich weiterspielen. Ja, ich habe mit dem Spiel noch nicht so viel Berührung gehabt, ich weiß nur dass es wohl ziemlich gut sein soll angeblich, aber ziemlich traurig. Ich habe sogar einen Stuhl. Einen Kühlschrank haben wir auch. Und irgendwie Elektrizität. Ich weiß nicht, ob man tagsüber immer in seiner Base das machen kann. Und nachts geht man sozusagen Ausrüstung suchen. Wie lange das Siege dauert? Es ist schwer zu sagen, wenn jeden Tag ist es ein Struggle für Survival. Die Stadt ist crawling mit Snipers. Schelling ist Ordinary Business almost every night. Phones nicht funktionieren. Es ist eine Schlauchung von Food und Metz. Und viele Leute sind lefte zu Hause. Bruno und Marco haben immer gute Freunde. So, wenn die Worte broke, sie sich zusammenkamen. Dann haben sie Pawele, der schnavenging für Suppen. Er war damals Borogans Star-Football-Spieler. Jetzt ist er nur noch eine Homeless-Viktion des Krieges. So, sie haben zusammengearbeitet, hoffen für das Beste. So, und jetzt habe ich hier sozusagen meine drei, die ein bisschen überlebt haben. Schicke ich dich nochmal da hoch. So, komm ich hier schon irgendwie? Komm ich da hin? Kann der ja hin? So, das geht einfach nur Grab All. Weil das ist ja hier direkt sozusagen in meinem Stulch-Bereich. Der auch Grab All. Man braucht das ja alles. Jetzt kann ich ja anfangen, den Quatsch wegzupuddeln. Dort kannst du das mit angehen. Ich glaube, dass das noch etwas bringt. Das kann man hier auch nochmal machen. So. Wie will der jetzt da hingehen? Ich bin hier gespannt. Oh, hier drüben ist ja auch noch was. Oh, ist das Haus irgendwie anders? Das war letztes Mal, glaube ich, anders aufgebaut. Oh, weil wir gucken jetzt natürlich auch. Ähm, Grab All. Ich brauche das alles nämlich. Alles nehmen, alles nehmen. Muss jetzt aber hier durchpullen, oder? Okay, dann musst du hier durchpullen. Slightly wounded, slightly sick. Na geil. Hier oben raus ist irgendwie nicht so, nicht so drin. Geh mal hier und guck mal was wir bauen können. Bzw. ne, du kannst das da machen. Dann du gehst mal da und guckst was wir bauen können. Ich habe da noch keine medizinische Versorgung in irgendeiner Form. So. Wir brauchen eigentlich Essen. Und Wasser. So. Aber das verbraucht schon fast also unsere Herstellungskomponenten. Ein Bett und Essen könnte ich erstmal bauen. Make. So. Das unser Kochherd ist. Kann nur in die Mitte setzen, ne? Good Place. So. Good Cook. Einen guten Scavenger. Und einen Fast Runner habe ich. Okay. Wir haben keine Shuffle. Tut mir leid. So. Wise ist nicht drin bis jetzt. So. Haben alle was zu tun sozusagen. Nicht so gespannt. Fehlt das direkt ein Haus. Sind hier irgendwie in einem Haus in der Stadt. Würde ich eigentlich schon gerne hinkommen. Wüsste ich sogar nicht, dass ich jetzt hier weggeräumt habe. Komm ich auch da unten hin. So. Kannst erstmal dahin gehen und gucken was da so noch ansteht. Kann man hier mal gucken was wir bauen können. So. Grab all. Da gibt es noch ein bisschen Baumaterial. Das ist ganz gut. Dann können wir sich irgendwie gleich wieder zurück. Ähm. Ein Bett brauchen wir auf jeden Fall auch. Ein Bett brauchen wir auf jeden Fall auch. Auch mal unseren Schlafbereich. Irgendwie hier unten denk ich mal. Place. Und du guckst da oben nochmal hin. Was da noch so zu finden ist. Ist auch gleich fertig. Grab all. Da ist noch ein bisschen Wasser drin. So. Ich brauche vielleicht nicht unbedingt. Wasser. Ja, lucky it's not cold in hier. Das stimmt wohl. 17 Grad hat's. Wer es den Sachen anhat, kann man da schon mal ein bisschen überleben. Diamanten, what the fuck. P3 value bartering item. Okay. Da kann ich irgendwie handeln gehen, wenn ich das dabei hab. Alles klar. Okay. Du mal schlafen, wenn du verwundet bist. Und Skilled Scavenger. Hast du irgendeinen Unterschied, wenn ich benutze hier, um irgendwas rauszunehmen? So. Und was finde ich noch? Ah, Bücher. Aber noch ein... Ein Dingens. Da kann ich noch einen Schrank aufmachen oder sowas. Ah, da brauche ich jetzt zwei. Ah, das ist kacke. Ist echt nicht so cool. Behalte ich das, glaube ich, lieber. Aber wenn wir das nochmal hier versuchen da, oder anfangen das Zeug wegzuräumen. Wenn ich dann auch da durchkomme. Und der ist jetzt am Recovering. Ich müsste da eigentlich noch ein zweites Bett bauen. Das wäre echt cool. Solange ich noch am Anfang bin. End Day kann ich jetzt klicken. Kann sogar noch ein zweites Bett bauen. Oh, der kann halt hier schaufeln und sowas herstellen. Hm. Na, Radio ist, glaube ich, auch ganz nützlich. Hm. Na, Radio ist, glaube ich, auch ganz nützlich. Ja. Okay, jetzt ist es eh vorbei. So, der Skilled Scavindrom. Oh. Der schläft im Bett. Slightly wounded. Der kann morgen reparieren. Der kann jetzt mal lieber so rum. Der Abandoned Cottage. Der Family barricades themselves in this house. But, despite their efforts looters got inside. It's been abandoned ever since. Still we might find some useful things that looters overlooked or left behind. Lots of food. Materials. Some mats. Lots of weapons. Lots of parts. Lots of weapons seem good. They say some people still live there. Against all odds. They must have some supply stock. They canned food and possibly bandage or medicine. But they don't want to trade. If we are desperate, we could try to steal from them. Lots of food. Lots of methods. Lots of parts. It's a housing estate that remains almost untouched. It's a calm area of little houses with porches and gardens. Most of the houses are still inhabited. People are trying to lead normal lives. Okay. Normal lives here. There. I've got nothing to look for. There are others. We are willing to steal. Okay. Dann nehme ich da das, würde ich sagen. Das nehme ich mal mit. Sicherheitshalber. Zum Türen aufknacken. Man weiß ja nie. Ich kann hier erstmal alles so ein bisschen angucken. Oh, hier höre ich was. Das könnte noch irgendeine Ratten und so ein Quatsch sein. Grab all. Exit. Ja, Moment mal. Ich will hier durch gucken. Oh. Ist schon mal niemand drin. Okay. Ist nice. Ich komme hier runter. Das ist alles irgendwie was zum Waffen herstellen. Hier Gunpowder. Okay. Geht mir noch Holz. Okay. Exit. Ich muss einfach nur ein bisschen was mitnehmen sozusagen. Kann ich das? Ja, okay. Sehr gut. Da kann ich auch das hin tun. Holz. Das brauche ich wahrscheinlich nicht. Kann ich das aufeinander stoppen? Sehr gut. Das würde ich noch gerne mitnehmen. Exit. Die Waffe wäre halt richtig gut. Gut. Quality Roller. Roller made from equal parts of tobacco. Oops. Good. Quite under the circumstances. Okay. Fertilizer. Roller cigarette. Okay. Weapon parts. Weapon parts. Zigaretten. Ja. Zigaretten brauche ich momentan nicht. Ist jetzt jemand drin? Ne, okay. Ich höre da zwar was, aber das ist eine Ratten. Okay. Kann ich das mal weiter zusammen stacken? Nice. Das wahrscheinlich dann auch, oder? Juhu. Wahrscheinlich kann ich die bis vier stacken. Bei dem Holz nicht. Okay. Kann ich mir irgendwas angucken. Family photo of parents and two daughters. Good thing the girls don't resemble their father. He looks like a bear. Vielleicht treffe ich den nochmal irgendwann. Essen. Jede Menge Essen. Wasser jede Menge auf jeden Fall. Wasser. Die Electric Parts brauche ich nicht. Bisschen Zucker. Zucker ist Material, glaube ich ja. Und hier Essen. Herbs. Vegetables. Vegetables brauche ich, weil die brauche ich dann zu kochen. Jetzt hier zwölf. Finde ich mal eins raus. Vegetables mit. Wenn man hier Raw Food und Vegetables zusammen hat, kann man so richtige Nahrung herstellen. Was, glaube ich, ganz nützlich ist. Mal gucken, ob ich noch irgendwie eine Waffe finde. Kann ich mir noch überlegen, ob ich die dann mitnehme. Aber das sieht nicht danach aus. Das ist sowas ähnliches wie eine Waffe findet. Was ist das? Was ist das? Ich weiß, dass sie uns erst einmal ausprobieren. Die Frau uns in der ersten Nacht haben. Die Frau uns in der ersten Nacht. Ich habe alle von ihnen in der ersten Nacht. Aber ich möchte nicht mehr nutzen. Die Fahne ist nicht mehr. Es ist gesessen und in der Backyard. Das nächste Teil ist sehr schade. If you are reading this, don't look for me. Hm, there is no one here. Zigaretten... Das... Das... Oh, we're making a roll of serious. Nearly as good as okay. Hm, I'll take a cigarette with. Oh, Herbalmets. No, then they take the cigarette out. They taste terrible, but they can save your life in sickness. Okay, the good ones I take. Did? Wahrscheinlich kann ich auch nur hier mitnehmen. Hm. So, bin ich, glaub ich, schon fertig. Run to the exit. Dass ich hier eh nicht rüberkomme und dass ich jetzt nicht dort frei brudeln will. Ähm, ich hab jetzt niemand draußen. Okay, wieder nur irgendwelche Ratten. Marco's back. Oh, der hat mir über Facebook geschrieben. Sorry. Oh, man.